Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja, ich mache ja also direkt weiter, jetzt direkt nach dem letzten Part. Ich werde das allerdings am Samstag hochladen, also morgen. Und genau, jo, wir sind jetzt beim Level, wo wir Prinzessin Kiku heilen sollen, beziehungsweise wo wir für sie eine Kräuter beschaffen sollen. Genau, und das Level kenne ich noch, das ist ziemlich mies. Und hier gab es, glaube ich, sogar keinen Endgegner. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher, deswegen... Aber hier gab es auf jeden Fall Tiere. So, okay, wir müssen auf einen Berg, um die Kräuter zu finden, die Prinzessin Kiku von ihrer Krankheit heilt. Genau, dann würde ich sagen, mache ich das mal. Ja, genau, dieser scheiß Berg hier, ey. Das ist so, ja. Es fängt noch gemütlich an, sagen wir es mal so. Aber, ich kann euch sagen, das wird... Shit, da ist der erste Wolf. So, und... Zack, sehr schön getroffen. Geil. Nein, 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 nein! Oh, Hilfe! Dreh dich um, damit der Gegner kommt. Ey, das ist doch so ein Abfuck hier. Ja, wenn ich mich rumdrehe, kommt der Gegner. Äh, hallo? Ich verstehe mein... Ja, da kommt er, da kommt er. Okay, ja. Okay, ja. Man muss ein bisschen mit der Mechanik spielen. Das ist... Da ist er, hinter dem Baum. Ja. Bogenschütze und da ist noch ein anderer. Okay. Nichts, Coward. Ich komme nicht raus, nee. Vergiss es, Freund. Ich stelle mich schon mal so hin. Weil ich einen schönen Giftreis schmeißen kann. Hä? Wo ist der Gift? Ah, ich habe ihn nicht schmeißen können. Okay. So, jetzt aber, oder? Nee? Immer noch nicht. Okay. Dann. Ah, wieder die geile Mucke hier. Ja, die ist cool. Ich mag diese Musik voll. Yeah. Nein, 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 nein. Das war blöd jetzt. Das war scheiße. Was? Ja. Alles klar. Nimm den. Oh, sehr schön, ey. Das war gut. Zack. Wett'n, der sieht denn jetzt? Und fuckt mich dann wieder ab? Nein! Ich dachte, der dreht sich noch rum, ey. Fuck egal. Komm, nee, 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 nee. Vergiss es, Freund. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es, Junge. Oh, was soll ich mich denn jetzt verstecken? Shit. Lauf weg, ey, lauf weg. Lauf ganz weit weg. Ey, warum? Ich kill den gleich so. Wenn er mich jetzt noch einmal entdeckt, ne? Dann kill ich den so. Boah. Oh. Ey. Alter Schwede. So, da bist du. Okay. Ich bin nirgendwo, Freund. Moment. Ich probier mal was. Was machst du? Jetzt gehst du dahin, alles klar. Sehr schön. Alles klar. Es kommt davon, wenn ihr so gierig seid, dann erwartet euch der Tod. So, okay. Sehr schön. Es ist doch hier noch einer irgendwo gewesen, oder? Ich wurde doch noch mal entdeckt. Da ist er. Da ist er, ey. Bogenschützer. Scheiße. Penner, ey. Fuck. So, wo kommst du jetzt her? Er hängt fest, glaube ich. Das ist gut, ey. Nein, er hängt nicht fest. Aber egal. Alter. Ey. Der erahnt immer, wo ich bin. Er erahnt es immer. Egal. Dann küll ich den so. Ist mir scheißegal jetzt. Scheißegal, ey. So. Okay. Dann. Dann ist das ja wieder extrem scheiße gelaufen hier. Ich war dreimal entdeckt. Habe zwei Leute so gekillt. Äh. Hm. Weiß ich nicht. Also. Na, Wolf. Zack. So. Alles klar. Der Wolf ist tot. Da ist der nächste Typ. So. Dann. Jo. Dann schaue ich mal weiter, ne. Ach. Ja. Wie gesagt. Sehr anstrengend. Also. Die Level ziehen natürlich an. Ist klar. Weil ich glaube, wir begeben uns auch doch echt auf die Zielgerade langsam hier. Auch mit dem Projekt. Weil wenn ich mit, ah ja, mit durch bin, war es das. Mit Tengshu. Dann muss ich jetzt mal gucken, was ich mache. Also ich mache vielleicht. Akutschi the Heartless nochmal. Spiele ich nochmal durch. Und jedes Mal aber mit 100% Challenge. Ja. Genau. So. Genau die Stelle da. Das weiß ich noch. Genau. Genau. Ah. So. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Ich Idiot. Oh. Scheiße. Nur weil ich zu gierig auf den Kill war, Mann. Ich muss nicht alle hier von vorne spielen, ey. Ah. Fuck. Ja. Ich weiß schon. Äh. Ja. Dann muss ich halt jetzt nochmal neu spielen. Alles, ne? Jo. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, alle zusammen. Da bin ich wieder. Und ich bin jetzt wieder an der Stelle, wo ich eben hier gefailt habe ohne Ende. Und ich habe jetzt einfach nachgespielt. Und. Oh. Fuck. Nein, ey. Das kann doch nicht. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der. Oh. Er ist zum Glück selber runtergefallen. Oh. Was für ein Arschloch, ey. Da wollte er mich echt darunter schubsen. Das ist ja wohl die Härte. Oh Gott. Ah, jetzt kommt hier wieder diese Scheißstelle. Stimmt. Oh Mann. Mit dem Wolf da oben, der mich entdeckt hat. Der mich immer noch entdeckt hat. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Da oben ist der. So. Den kann ich auch so schon killen. Wenn das jetzt klappt hier mit dem Schuriken. Ich probiere es. Nein. Es hat nicht geklappt. Scheiße. Wie treffe ich den? Wie treffe ich den jetzt? Am besten in der Ecke. Ja, er hat mich entdeckt. Das ist jetzt egal. Also, zeig. Komm und. Yes. Das hat geklappt. Sehr schön. Dann habe ich jetzt nur noch einen Schuriken. Ja. Da ist der Typ. Ich kann mich an diese Stelle noch erinnern, weil ich ja auch mit Rekimaru ziemlich abgedust habe, ne? Genau. Jo. Dann würde ich mal sagen. Beruhig dich mal bitte, Typ. Äh, ja. Dann komme ich jetzt da hin gleich, ne? Beruhig dich. Geh da runter. Komm. Geh da runter. Das wäre das Geilste. Ah, er guckt jetzt die ganze Zeit hier hin. Das ist scheiße. Das ist schlecht. Das fällt auch runter. Warum fällt das runter? Verdammt. Das ist jetzt mein letzter Giftreis. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Yes. Geschafft. Oh Gott, ey. Ah ja, natürlich. Ist klar, dieser scheiß Bogenschütze da hinten. Ah. Fuck mich nicht ab, ey. Jetzt ist der wieder weg. Irgendwie muss ich die Mechanik austricksen. Boah. Ey. Kein Bock, hier wieder runterzufallen. Ist dieser Bogenschütze wieder? Ah, da ist er wieder. Okay. Nein. Oh, ich bin wie rot. Ich bin schon wieder runtergefallen. Wir sehen uns gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder an der Stelle. Und ja. Zum dritten Mal nachgespielt. Und... Oh Mann, ey. Dieser Scheiß. Diese Scheiße hier. Ne. Jetzt lade ich den Safe State. Das tut mir leid. Aber... Ne. Das ist doch nicht normal, wenn man hier dreimal hintereinander runterfällt. Das ist doch so ein Abfuck, wirklich. Es tut mir leid, wenn ich jetzt einmal einen Safe State benutzt habe. Aber das ist doch wirklich eine Abfuckstelle hier. Wirklich. Da ist der. Boah, beruhig dich bitte. Oh, ist so ein Fail, ey. Ist so ein Fail. Oh nein. Ey, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, ey. Jetzt kill ich den so. Ist mir scheißegal. Du nervst. Der nervt. Der nervt. Zack, 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 ey. Oh, Junge. Hau nicht ab. Oh. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, hau ab. Da ist der nächste Bogenschütze. Da ist der nächste Bogenschütze. Och, Junge. Du auch. Hau ab. Ich will dich hier nicht. Hau jetzt ab. Hau jetzt ab. Fall runter. Oh, nicht ich. Oh, ey. Was ist das für ein Abfuck? Was ist das für ein Scheiß? Nee, die Granate hol ich mir nicht. Ich weiß, dass geht, aber... Nee, nee. Das muss jetzt erstmal nicht sein. Es tut mir leid, wenn ich ein Safeset geladen hab, Freunde, aber... Das ist doch wirklich ein Mist hier. Wie soll ich das denn ohne machen, ey? Scheiße. Ja, wenn ich jetzt wieder fehle, dann... Dann spiele ich halt nach, ne? Ist klar. Aber das eine Mal wirklich. Da bin... Da hab ich jetzt wieder 10 Minuten gebraucht, um da hinzukommen. Und dann wieder... Oh. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Und dann einfach so nach links zu gehen, um dann wieder runterzufallen. Also... Ah, das ist wieder so ein Scheiß-Abgrund. Oh mein Gott. Was? Ich weiß ja, dass das hier oben war, ne? Aber... Da ist noch einer. Okay. Ah. Geh weg. Wo ist der Gift? Wo ist der Reis? Sie hat ihn nicht geschmissen. Okay. Sie hat ihn wieder nicht geschmissen. Ah. Der kommt jetzt hier hin. Nimmt den Reis, oder? Ne. Ah. Ah. Tenne, Alter. Du hast mir zu viel Leben. Ohne Scheiß. Die haben mir zu viel Leben. Oh. Oh. Alter. Alter. Oh. Ist das... Ey, das ist echt schwer. Also... Ich weiß auch nicht. Äh. Äh. Nein, mach ich... Nicht... Oh, wie kommt... Ich kommt wieder... Was war das denn? Ich hab doch vier Ecke drückt, ey. Ey, was für eine Scheiß-Bugs hier. Ohne Witz mal. Ey. Ey. Ey, ich hab doch vier Ecke drückt. Warum hat die nicht geschlagen? Warum hat die nicht geschlagen? Das war schon wieder ein Spiel-Bug. Oh, Bogenschütze. Ey. Boah, mein Gott. Ey. Das gibt's doch nicht. Wie kommst du hier hoch? Wie kommt der hier hoch? Ey. Das gibt's echt nicht. Wenn er jetzt hier runterspringt, ne? Dann ist er tot. Er springt bestimmt jetzt hier runter. Äh. Ich verkacke wieder. Ja. Keine Ahnung. Warum? Nein, er kommt nicht runter. Er kommt nicht runter, okay? So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Und? Yes. Immerhin. Immerhin, ey. Nimm den Heiltrank. So, dann... Schau mal, dass ich jetzt nicht mehr entdeckt werde. Oh, Mann. Hier oben ist aber... Da, da ist einer. Okay, da ist dieser Bogenschütze. So. Nein. Jetzt geht er hoch. Ah, sie geht nicht hoch. Verdammt. Jetzt so vielleicht. Sie geht hoch. Ja, so geht's auch. Scheiße, wurde schon wieder entdeckt. Ja, mit Großmeister wird das nichts mehr, Freunde. Tut mir leid. Äh. Ich bin... Ja, keine Ahnung, zu schlecht oder weiß ich nicht. Ja, ja. Ich bin keine Coward, aber du bist ein Coward. So, komm schon. Und... Und zack. Und kill ihn! Ja, Gott sei Dank. So, okay. Sie hat ihn gekillt. Wo ist der nächste hier? Wo ist denn der? Hä? Ist er irgendwo 65? Oh, Gott, ey. Scheiße. Ach. Ah. Wo ist der? Ey, hallo? Ich bin echt zu blöd, um... Ah, ich war... Ich erinnere mich. Hier ist hier hinter. Hier hinter, da war einer. Ja, genau. Ich erinnere mich an die Szene mit Rikimaru noch. Stimmt, ey. Oh, ist das blöd. Ja, dieses Level ist aber auch scheiße. So, und... Zack. So. Ich hab jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr. Es ist... Ja, keine Ahnung. So, ich hab, glaube ich, jetzt alle gekillt auf dem Weg, hä? Oh mein Gott, was ist das denn hier, ey? Geh da hoch. So. Oh Mann, ey. So, dann bitte... Da ist der Nächste. Nein. Dreh dich doch. Man muss echt ungeduld... Ach, ungeduldig, ja genau. Ne, man muss echt Geduld haben hier, ey. Das ist... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt. Ja, geschafft. Oh, ey. Gott sei Dank. Ist noch einer. Da oben. Ja, da. Okay. Dann. Beobachten. Und der hat sich rumgedreht, alles klar. Dann hinlaufen und killen. Jetzt läuft's doch erst... Jetzt läuft's doch mal wieder besser, ey. So. Er kommt hier hin. Okay. Sieht ihr die Leiche? Beim letzten Mal hat er die nicht entdeckt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Natürlich sieht er jetzt die Leiche. Ist klar. Ist klar. Natürlich sieht er jetzt die Leiche, ey. Oh, ist das eine Scheiße, wirklich. Der kann doch nicht so weit gucken. Unmöglich. Ey. Alter, ist hier ein Abgrund oder so? Nee. Okay. Wo ist er? Da ist er. Boah. Der kommt wieder hier hoch. Oh, nein. Giftreis. Meine letzte Chance hier. Ess den, bitte. Ess den. Hey! Du sollst den essen! Mann, ey. Nicht mich entdecken durch die Wand. Keine Ahnung, Röntgenblick oder so. Ich weiß auch nicht, ey. Nein, ich komme nicht. Beruhig dich mal und trink... Trink den Reis, genau. Ja. Ess den Reis. Ach, danke. Wie kann der mich entdecken, obwohl er den Reis isst? Das kann doch nicht wahr sein. Ich... Du hast den Reis gegessen, Junge. Wie kann der mich entdecken? Normalerweise sind die paralysiert. Ey. Nee. So eine Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht wirklich. Das gibt's doch echt nicht. Das kann nicht sein. Egal, ich bin da. Ich bin da. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf das Level. Das hat mich genug Nerven gekostet. So. Das ist die rarer, die Prinzessin Kiku braucht. Ja. Ich muss zurückkommen. Ah. Ninja, scheiße, ey. 230 Punkte. 15 Mal entdeckt. Ah. Schnell wegdrücken. Schnell wegdrücken, hab ich gesagt. Das muss man ja nicht... Muss man ja nicht noch lange sehen, ne? Ach, genau. Ja. Ja. Ja, das Level einfach abhaken. Äh, ich bin jetzt auch nicht bestens gelaunt. Äh, ja. Einfach versuchen zu vergessen. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017